Dahlia für die 9x19 VSN für Tachankar und Kapkan. Sieht scheiße aus und danke. Das war eine Profi-Runde wie sie sich gehört. Ja total professionell wie ich den Maestro nicht getroffen habe, obwohl er vor mir stand. Man muss auch die kleinen Dinge sehen, aber ich hasse Sturmgewehr im Nahkampf. Das ist das Schlimmste mit ACOG im Nahkampf, echt. Ich wurde vom Blackbeard erschossen. Wo ist der denn? Ach von oben. Der hat von oben. Oh maaaannn. Scheiße ey. Dreimal mit der Pumpe rein, der lebt noch. Feindliche Drohne leert sich zum Scatter. Scheiße ich geh. Er springt rüber und genau so, dass die Feuerwehr fliegt. Scheiße. Sauber Bunke, fang auf. Oben am Drop. Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern. Da waren sie eben alle noch. Oben am Drop ist einer. Ja. Mach sie weg Bunke. Die wollen Ball an. Die wollen Ball an Bunke. Die wollen Ball an. Ich kann das Schild durchgucken, das ist gut. Von wo kommt da? Der ist unten. Der ist unten. Warte, ich guck auf die Kameras. Ja, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ja? Gut. Ja. Also nach meiner Auffassung müsste er jetzt tot sein. Ich häng in deiner Drohne gerade dran. Ich häng in deiner Drohne gerade dran. Was die alle aushalten? Lass ihn zu dir kommen Bunke. Lass ihn zu dir kommen. Scheiße ich weiß nicht von wo er kommt. Geh hinter dein Schild wieder. Geh hinter dein Schild wieder. Geh hinter dein Schild wieder. Ja. Ja. Alter. War das gerade ein Case? Glaub nicht. Glaube, ne? Ja, ist oben. Hat mich gar nicht. Ich hab ganz knapp an seinem Schild vorbeigeschossen. Der ist oben auf der Balustrade. Scheiße. Fremdler. Huch. 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 Der muss aber nach mir. Ach! Er kommt siegreich. Alle Gegner hier. Sehr schön. Links, links, links. der müsste verletzt sein er ist tot nein der andere also oben ist komplett sauber ich sehe da keinen über uns ist auch einer an der treppe du hast den kopf doch vorne gehabt auf was kann ich denn sollen schießen ich habe einen schwein ich hab voll reingehalten oben drauf geschützt ganze magazin eine hat und und flash und es alle an der ecke hier dann wird sich hinten durchgeschreitert als ob nein drop ist nicht verstärkt auf pink da habe ich bereit okay ich mache auf jäger avs nice zugriff alles verletzt haben hast du weiß sauber das nennt sich dann ace konnte nicht mehr zünden feindliche aktivitäten mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert ist doch ich konnte doch noch ich habe ihn leider nur verletzt ich glaube die ist verletzt ich bin verletzt aber wenn du jetzt noch gewinnst dann lach ich cool einer gegen 5 behälter zu unterbrochen die feinde versucht nicht mehr den behälter zu verhindern jemand hat die verfolgung aufgenommen vorsichtig du wirst verfolgt in den tod sie haben ihre versuche den behälter zu sichern die 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 so und den stück wie es gewesen ist so so lassen ok 5 gegen 1 ok ace bittchen so lassen bitte nee ace war es nicht hab zwei verletzten feindliche aktiven sicherung des raumes einstellen feindliche aktivitäten bedrohung neutralisieren ich dachte rechts vom tisch schade